Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Seasons Modus wie immer, wir haben eine Niederlage. Und ein Sieg davor, das ist ganz gut. Drei Punkte aus zwei Spielen, das ist in Ordnung. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Wir holen uns die nächsten drei Punkte und zwar jetzt. Und damit herzlich willkommen zum Einspiel gegen Barcelona. Bei Regen leider. Äh, feuchte Runde wird es. Go Ronaldo, schade, verdammt. Ah! Rambladi. Komm schon. Braus mit. Oh Mann. Nicht gut. Dranbleiben. Kommt schon bei. Gut gespielt. Nicht gut gespielt. Bei Regen ist alles immer ein bisschen schwieriger. Ich habe hier auf jeden Fall mein Bestes. Gut Casillas. Gut Ramos. Gut, gut, gut. Junge. Schick. Benzema. Oh, komm, verdammt. Schade. Komm, Ronaldo, da kommst du ran. Oh, shit. Nicht gut. Sehr gut. Und das ist wiederum nicht so gut. Ja, je, je, je. Oh, verdammt. Zurückarbeiten. Gut, 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 gut. Alles wieder sauber. Oh, der steht sehr frei. Das sollte eigentlich einem Trick folgen. Hat da ja nicht so geklappt. Hab ich gut gemacht. Und dann geht es mit dem Tackle. Und er geht es wieder zurück. Schön gespielt. Wunderbar. Gut. Vam bleiben. Gegen gehen. Gegenpressing. Schön gemacht. Und der Pass war aber schlecht. Roman, gut gemacht, wieder der Pass, der ist schlecht, direkt zu Benzimmer, hätte ich ablegen, sondern auch Ronaldo, ich bin mir sicher, aber wir sind es mal wieder mit dem direkten Seitenwechsel, und zack, und nach vorne, und da soll er nicht hin, das ist nämlich nicht vorne, dranbleiben, 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 oh shit, nein, oh, riesenfehler von mir auch, oh, schande, danke schön, Mann, Rodriguez, was machst denn du da, scheiße, ungut würde ich sagen, sehr ungut, wird schwer, oh, schande, gut, Casillas, gibt natürlich auch mal Sicherheit für Casillas zumindest, komm, Bale, hat vieles nicht so geklappt, wie ich wollte, auch ein so lange nicht, muss halt auch machen, danke schön, oh, saumäßig gut gehalten, stell mal welche herein, und dann ran ans Tor, oh, scheiße, gut so, ich hab ganz andere Pläne jeweils, immer, und dann kommt immer wieder was anders raus, oh Mann, willst du mich verarschen hier? direkter auf Ronaldo, komm, zieh, 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 kocken, haaah, diesmal direkter, ah, gut, da ist ein richtiger Moment, wo man abheifen darf, gerne, das hätte gefährlich werden können, ah, besser ist eigentlich nicht, aber es ist eigentlich jetzt nicht besser, ähm, ein bisschen besser Statistik, aber besser ist noch nicht, die Minimum ohne Schienen ist hier auf jeden Fall machbar, boah, Ter Stegen schon wieder, da war ein anderes Tor, oh, der war nicht gut, schlecht geschossen, muss man sagen, schlecht geschossen, muss man sagen, oh Gott, wo soll denn der hin? komm, verteidige ihn, war schön, verdammt, da ist das weniger schön, da habe ich mit gerechnet, ich habe gehofft, dass ich da noch durchkomme, jetzt haben sie aber noch einen Denkball, oh, interessante Art und Weise so einen Denkball zu spielen, und erst mal weg mit, und Ronaldo, kriegt er den, kriegt er den tut er nicht, gut, Montenic, yes, 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 einfach nur ja, saumäßig wichtig, er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich irgendwie wieder auf Ronaldo ziehe, gut gemacht, hier ist auch noch, auf jeden Fall ein Sieg drin, halbe Stunde noch, ja, Mist, komm, irgendeiner ran, war auch zu schön gewesen, fuck it, fuck it, scheiße, ganz große scheiße, Neymar, super gemacht, Kaval, hätte auch gehen dürfen, dranbleiben, gut gemacht, sehr, sehr sauber, nette Idee, komm, Kassiers, sehr schön, ganz unten läuft Reiner, und jetzt ganz oben, jetzt hat der Gegner den Ball, Neymar, Neymar, Luis Suarez, Oh, Sande, Jordi Alba, und der Defender, hat sehr gut gemacht, er hat seinen Fuß in, Sergio Busquets, Oh, das macht er gut, und das mache ich wiederum gut, Ah, Bale starte doch, Ah, Bale starte doch, wieder Neckball, mal sehen, was diesmal kommt, gut, Kassiers, jetzt hat er momentan die Überhand, Abschluss, ja, schön, wunderbar, Ah, Kacke, Ah, muss ich Ramos rausziehen, Was ist jetzt los, was hab ich denn gemacht, da war doch rein gar nichts, Gut, Kassiers, Direkt zu Bale, Komm schon, Komm, Komm, Bale, 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 ganz unten auf Ronaldo, Von der Idee her gut, aber leider ist das Spiel noch dazwischen gekommen, aber leider ist das Spiel noch dazwischen gekommen, Ja, Komm, Setz dich durch, Junge, Komm, Ronaldo, Fuck it, schon wieder Ter Stegen, Na, schon wieder nix, und nicht mehr ich will den Sieg, er auch, also komm, das ist ein Rückpass, also, auch wenn das nicht drückt, aber im Endeffekt ist es ein Rückpass, Komm, Ronaldo, Na, verdammt, vorbei, Gut, Unentschieden, ist ein Punkt zumindest, ist im Endeffekt glaube ich auch gerecht, aber, hätte ich auch gewinnen können, naja, wir sehen uns beim nächsten Spiel, ich wünsche einen schönen Tag, bzw. einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut, und Ciao!